Ich ficke deine Oma du kleines Arschloch, ich stecke dir Kekse in den Arsch bist du nicht mehr. Kacken kannst du ja hörst du es. Wenn du krepierst wichse ich dir in den Arsch. Keine Sorge ich bin nicht so pervers wie sich das angehört hat. Diese Vorleserstimme ist einfach nur scheiße. Hihi ich kann machen was ich will weil man nicht meine Stimme raushört ihr wisst doch nicht mal ob ich weiblich oder weiblich bin. Ich meine natürlich weiblich oder männlich. Ist ich voll Spacken.